So, willkommen zu einer neuen Folge von League of Legends. Wir sind wieder am Start. So, ich darf meine W maxen. So, so, so. Ich darf mir zuerst die Schuhe bauen. Mal gucken, wie das abgeht. Letzte Folge war ja richtig zum Kotzen. Jetzt haben wir hier... Mit Sicherheit Darius. Keine Ahnung, wo das noch ist. Die Vasallen sind erschienen. So. Ich hoffe, das ist jetzt eine bessere Einstellung von Musik her als der letzte Folge. Ist mir ja fast ein Ohr weggeflogen. Na, Ari. Alles klar. Wollen wir mal. Hier lang. Weck, die Böller. Weck, die Böller. Was macht denn der Talon jetzt? Ist das hier als eine LCS-Pro-Gank oder was? Was macht der hier? Ich spiele nie mit Streichhölzern. Alles klar, okay. Talon und Report noch dem Game. Yay! Hast du meinen Bären-Tibbers gesehen? Ohaah! Oups. Woaps! Oups, ich lache. Bleib nicht zurück! Nope. Sei kein Angsthase! Als ob ich Mitte gehe, der hat ja wohl den Arsch auf. Ich spiele nie mit Streichhölzern! Ich spiele nie mit Streichhölzern! Brandner! Ich spiele nie mit Streichhölzern! Kommt raus, kommt raus, wo immer ihr seid! Ich spiele nie mit Streichhölzern! Oh, lol! Oh, lol! Nice, Mann! Was, wie schön war das denn gerade? Das war nice! Sei kein Angsthase! Nooo, alter! Alter Schwede, ist der dumm! Ich spiele nie mit Streichhölzern! Ich spiele nie mit Streichhölzern! Hepp, hepp, hepp! So, ich darf... ...bauen. ...leben. Das wird's bauen. Der steht. 0-0. Then go. Kommt raus, kommt raus. Wo immer ihr seid. Hast du meinen Bären Chebash gesehen? Okay, 50. Bleib nicht zurück. Ja, und ich lauf auch noch rein, weißt du. Alles klar, Benny. Your brain is motherfucking fucked. Okay, der ist Level 7. Okay. Ähm, ja. Also, ich will ja nichts sagen, ne. Gut. Alles klar. Ein Roommage und dann, ja. Nice. Na, alter, Alter. Rumi schon und dann sind sie da komplett brain weg, ey. Hast du meinen Bären Chebash gesehen? ... 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 Alter, ist das dein Ernst? Jetzt muss ich aber Ulti machen. Nice. Komm her Tibby. Komm her Tibby. Tschüss Tibby. Der Brand war aber direkt weg, ey. Sind wir schon da? Ach, not again. Nup, nup, nup. Nuppidi, nup. Nup, 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 nup. Sei kein Angsthase. Sei kein Angsthase. Alles klar. Bruder. I'm not a scary buddy. Nup, nup, nup. Nup, nup, nup. Nup, nup, nup. Nup, nup, nup. Nup, nup. Nup, nup. Wow. Nice Ult, würde ich sagen. Ein Verbündeter wurde getötet. Okay, das war kein Ult. Also, das war Ult. Aber, ja, egal. Das war gerade eben kein Ult, so. Hier lange. Ein Verbündeter wurde getötet. Jetzt aber weitermachen hier. Ich spiele nie mit Streichhölzern. Ich spiele nie mit Streichhölzern. Bleib nicht zurück. Ich spiele nie mit Streichhölzern. Ich spiele nie mit Streichhölzern. Ich spiele nie mit Streichhölzern. Ein Verbündeter wurde getötet. Sind wir schon da? Dann kam die Streichhölzern. Bei Streichhölzern. Ja? Wow, krass. Sieh, Arimitte, ich krieg ne Krise. Also die Woom wie sonst was hier, ne? Das ist der Wahnsinn, ey. Die rumen einfach als Gaps hier, was weiß ich, kein Morgen, Alter. Das ist der Wahnsinn hier. Sei kein Angst, Hase. Sei kein Angst, Hase. Ich muss die Dingens ändern hier, die Tastenkürzel. Ein Gegner wurde getötet. Kommunikation. Signal. Gegner hat Sicht. Eindern wir mal so. Damit Tibbers nicht da irgendwie, äh, und so, ne? Habe ich ja zweimal vergackt. Ich spiele nie mit Streichhölzern. Der hat viel mehr als ich, so, ne? Und, äh, dennoch... Kann ich standhalten. No problemo. Ich kann den einfach immer noch fighten. Das ist der Wahnsinn. Obwohl ich unterfahrend bin, ja? Und, äh, auch, äh, absolut nicht, äh, gut. Also gut ist was anderes bei mir. Raus, kommt raus, wo immer ihr seid. Und die Asch ist, äh, schön gefiedert. Das gefällt mir. Das gefällt mir, Freunde. Laterne, Laterne. Feuer, Tod und Wärme. Ihr seid schon zu zweit auf der Top... Ach, das sind drei, Leute. Klappe halten. Das macht Spaß! Euer Team hat einen Turm zerstört. Laterne, Laterne. Dein Ernst? Und, dass da jetzt noch einer ist, das ist natürlich nicht so geil. Aber ich hab noch Stun ready. Bleib nicht zurück. Könnte der Tibi mal bitte hier hin kommen? Hm. Zeit zum spielen. Rennt! Ein Gegner wurde getötet. Das ist cool. Rennen! Rennen! So, das ist fertig. Ich durfte auch das Item bauen, was echt nice ist. Aber jetzt kommt halt einfach ein Item, was... Weiß nicht, ob das... Ja, Ankerlsschaden. Yay! I can't believe this shit. Euer Team hat einen Turm zerstört. Könnte das hier tatsächlich ein Sieg von Bronze in Branden werden? Mal gucken. Das sieht gar nicht immer so bad aus. Das sieht gar nicht aus. Nee! Darum habe ich jetzt F gedrückt. Ich hab keine Ahnung. Ich spiele nie mit Streichhölzern. I have a Stun. Stun is ready. Stunnige Aussichten. Die, Everyone! Lapp. Lapp, get up. Lapp, get up! Bäh-bäh. Ah, nice, nice, nice! Wait. der blu wäre gar nicht mal so bad gar nicht mal so blöde freunde brennt heilige kacke ich bin ja fast noch gestorben blu holi mein glück das gleich noch ein bisschen mein gott habe danach kommt noch wieder die alten sind schlechter wieder mal eine generation mit meiner Resistenz Die haben aufgegeben Tschüss